Das wäre Ihr Mädchen, Herr Joachim Schmidt. Wenn Ihr Hüfte keinen Schwung hat, sind Ihr 50 Dollar? Dreckensbildlich? 30 Dollar? Ja, 30 Dollar. Ach, bedenken Sie, Herr Joachim Schmidt. Ach, bedenken Sie, was man für 30 Tore kriegt. Den war es trümpfer und sonst nichts. Ich bin aus der Wanne, meine Mutter, meine Weiße, sie sorgt für hoch zu mir. Mein Kind wird auf die Blut für ein paar Dollar noten, so wie ich es tot. Schau Dir an, was aus mir geboten ist. Ach, bedenken Sie, Herr Joachim Schmidt. Ach, bedenken Sie, Herr Joachim Schmidt. Ach, bedenken Sie, Herr Joachim Schmidt.